ARD Text im Auftrag des ZDF für funk Sie erfährt dort vieles über ihre Familie Verheimlicht? Papa, mir irgendwas? Ihre Bestimmung und sich selbst Ich hab mich in meinem ganzen Leben noch nie so frei gefühlt Die Hauptrolle wird von der argentinischen Schauspielerin und Sängerin Martina Stößel gespielt Die durch die Serie und mit ihren Songs Fans auf der ganzen Welt begeistert 6, 7, los! Im Mai ist es soweit Auf geht's! Der Disney Channel zeigt die Erfolgsserie zum ersten Mal im deutschen Fernsehen Seid dabei und lasst euch überraschen Violetta, die neue Serie, ab Mai im Disney Channel Die neue Serie, ab Mai im Disney Channel Die neue Serie, ab Mai im Disney Channel